Herzlich Willkommen zurück bei Star Trek Resurgence. Ja, das ist der Überblick und wir sind gerade mitten im Briefing, in der Auswertung, wie wir weiter vorgehen wollen. Unser Captain Solano hatte einen kleinen Borg-Talk mit uns, kein Deep-Talk, aber ein Vorgespräch, was er mit uns geführt hat und hat da nochmal um unsere Unterstützung gebeten. Er ist der Meinung, wir müssen erst die Situation, die Lageinformationen weiter verdichten und können dann entscheiden, ob wir die Sternenflotte informieren. Andere sind der Meinung, dass wir zunächst, weil allein der Security Breach, der Verstoß gegen die, wie heißt das auf Deutsch, Security Breach, Sicherheitsbruch, keine Ahnung. Das Eindringen, das Klauen der Daten durch die T-Con stellt bereits eine so große Verletzung und Gefährdung dar, dass wir umgehend die Sternenflotte informieren müssten. Ja und Spock ist nicht ganz so gut. Er fand, dass Jahresunterstützung Captain Solos Idee, die Sternenflotte nicht zu informieren, eine schlechte Idee war. Und unsere Frau Doktor gefiel nicht, dass, ja, das Gleiche sozusagen. Beim Rest müssen wir mal gucken, wie es weitergeht und Frau Doktor erklärt gerade, wie die T-Con denn agieren und was sie mit den Wirten unserer Crew und auch den Hoti letztendlich machen. Das ist ein Wettbewerb, auf einem Cellular-Level. Bringen die T-Con wieder zurück zu Leben, ein bei einem. Ist es eine Art, wie es könnte, dass es sich verabschiedet wurde? Das ist genau das, was ich versuche, zu finden. So far, es scheint, die Antwort ist, nein. Once die T-Conin nimmt die Kontrolle, die Verlust des Haustes ist irreversibel. Und die Bioformung scheint, zu sein permanent. Petty Officer Maris called herself a Scion of the Flame. Aber die Computer hat keine Informationen über ihn. Sie hat auch die Hölle aus meinem Schiff, als sie escapte, und nearly killed ein paar unserer Crew. Also, wir wissen das über diese Scions. Sie sind gefährlich. Die T-Con haben eine linee, das ist sicher. Aber, die Hotari mit den Hotari könnte erzeugen in ihre realen Intenten. Unter der Prätenzion von einer Apolosie für Betrayung ihre Vertrauen. Und über die Träume auf ihre Territory. Was ist es, wenn keine Hotari mehr gibt? Wenn Galvan und Sidron waren, wer die T-Con? Wer noch? Die Queen? Ich glaube, wir wissen, wenn das der Fall ist. Wir nehmen alle Vorhörungen. Wir sind nicht ganz auf Zack gerade, mit unseren Antworten. Oh ja. So, jetzt kommen wir auch zu der Lieutenant, die die Verbrennung erlitten hat. Ich glaube, wir sollten das Gespräch mit ihr suchen. und ihr gut zureden. Ich gebe dir zwei einen Moment, aber sie braucht ihren Rest. Ich verstehe. Commander Rydek? Ist das du? Ich dachte, ich habe deine Sprache gehört. Ich bin gerade hier. Wo? Das ist gut, sie kriegt die Augen nicht wieder. Vielleicht. Ich... Ich hoffe, dass das nicht der Ende meiner Karriere ist. Ich kann nicht so viel wie ein taktikischer Oficer sein, wenn du nicht wirst, was kommt. Aber das ist alles, was ich immer wollte. Ich wollte, was ich immer noch machen wollte. Die letzten Erwanderungen in Visionen und Erwanderungen sind wirklich hervorragend. Ich wäre nicht überrascht, wenn du wieder zurückkommst, als du noch nie warst. Ich möchte nur wieder sehen. Das ist alles, was ich frage. Okay, also. Wir haben das Vertrauen wiedergewonnen. Das ist schon mal gut. Gibt nichts Schlechteres, als wenn Untergebene nur aus Neugier folgen, ne? Das ist schon mal gut. Hmm? Ja. Nochmal negative Karte. Schauen wir mal, was das jetzt hat. Skeptische, ja, tolerierte. Ja. Was hätte ich jetzt sagen sollen? Ja, okay, stimmt. Er hat ein Problem. Schreibt's mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und ja, die hat natürlich recht, ne? Also, wenn wir das mal rekapitulieren, dann ist es wirklich so. Er hat Angst um seine Reputation. Er kann sich nicht noch einmal einen Misserfolg leisten. Aber hier geht's um die Männer und Frauen an Bord der, äh... Wie heißt das Schiff? Ich vergesse es auch immer. Oh Mann, ey. Muss ich mir doch mal merken können. Ich glaub. Sie ist verliebt. Ja. 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 Prydic, du ham' auf dem Rad auf einmal müssen. Was ist das? Die Hotari haben hingkahjoret, uns treffen. Blinde Passagiere. Also, zurück, Szenenwechsel. Zu unserem Außenteam. Wir können nicht warten, um geschlossenen zu werden. Wir haben keine Ahnung, wann oder ob das Resolute aufzunehmen wird. Ja, ich würde sagen, ein verschlüsseltes Signal senden. Hm? Ja, die Zeit haben wir offensichtlich. Da hinten, gehen wir noch einmal gucken, da haben wir auch noch eine Konsole. Ja, okay. Da gehen wir jetzt noch nicht raus, natürlich. So, los geht's. We have to stick with the tall guy. Okay. Up there? All right, Edselar, lass uns das. The internal sensors. The what? When they scan the ship for life signs, they'll know right where we are. There must be devices that perform the scan. Right there. And there. There's several of them around the room. Got it. We'll disable them. How? They're too high to reach, even for me. Not too high for our phasers. Low power, Millie. Let's not set off any fire alarms. I got the ones over here. Got one. Another down. Hurry Carter. I am. Wo ist der andere? Wo? 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 Ich sehe ihn nicht. Da hinten? Wo ist denn? Ach, da. Hier kommt er. Oh. 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 It works. They won't be able to detect us. That buys us some time. Now that the Zelda has its power again, I might be able to access some of the ship's systems from here. I'll take care not to give away our position. The Takan might not even know we're still on board this ship. Miranda only saw us transport away. She probably thinks we're back on the Resolute. Miranda. Don't give up on her yet, Carter. She had you in her sights, and she didn't shoot. That means the real Miranda is still in there. The Takan don't have her. Not completely, at least. She must still feel something. That is a reason to hold out hope. And a reason to remember that the Takan haven't just hijacked this ship. They've hijacked every body they're in. Okay. I know she played us. Used her sympathies, your relationship to break out of sickbay. But maybe there's a way to turn her back and Miranda could help us stop the Takan. Here, on the ship. Just because the Trill joining is permanent, doesn't mean the Takan bioforming has to be. I've heard enough of your prattling on about your friend. You have to think like a soldier. She's our enemy now. She'll be dealt with like the rest of the Takan. My friend Miranda is not responsible for what she's doing. The Takan have taken control of her mind. We certainly can't kill her for it. Speak for yourself. If anyone threatens the Empire, they are the enemy. It's just one life. And it's already been lost. You don't get to talk about Miranda. You don't get to ignore the truth. There is no such thing as just one life. And she is not lost. This isn't calculus. You can't just break it down by the numbers. And our crewmates were injured, killed, in the process of rescuing yours. I'll grant that you showed your grit and effectiveness. More than I can say about accessing ship systems. They've blocked out helm control. Propulsion. They're closing down systems faster than I can check them. They're always changing these interfaces. I can hardly keep up. Let us help. Fine. They're using a senior officer's access code to lock down our systems from the bridge. The Takan must have turned someone in command. Here's something. Okay. Yeah, aber was da ist, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge, denn die 5. Minute sind schon wieder rum. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Und so weiter und so weiter. Bin gespannt, was ihr an Optionen ausgewählt hättet. Wir müssen natürlich auch das Roleplay hier so ein bisschen weiterspielen. Wie ist die Sternenflotte? Bei uns zählen auch einzelne Leben und nicht nur die Missionen. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, beim nächsten Mal. Und kommt auch gerne bei den anderen Games bei mir auf dem Kanal vorbei. Discord, Instagram, Twitter, Twitch. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.